Hallo zusammen und willkommen. Kalorien sind wichtig. Unser Körper benötigt sie, um verschiedene Organe aufrecht zu erhalten und aktiv zu bleiben. Dabei kommt es natürlich auf eine ausgewogene Kalorienzufuhr an. Lebensmittel, die nur wenige Kalorien haben, unterstützen die Gewichtskontrolle, verbessern die Stimmung und verhelfen dir zu einer besseren Gesundheit. Im heutigen Video erfährst du, welche Lebensmittel wir dir diesbezüglich ohne Sorge empfehlen können. Grundsätzlich handelt es sich dabei in erster Linie um Gemüsesorten, die sehr wasserhaltig sind. Im Durchschnitt sollte ein Erwachsener ca. 1200 Kalorien zu sich nehmen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Der Apfel ist sehr kalorienarm, enthält dafür aber viele Ballaststoffe. Dieser gesunde Snack eignet sich deshalb optimal zum Abnehmen. Das in der Frucht enthaltene Pektin hält dich zudem lange satt und reduziert den Heißhunger. Das enthaltene Kalzium hingegen hat eine entwässernde Wirkung und hilft dir somit dabei, dass bald die Pfunde purzeln. Nummer 2 Schia-Samen. Schia-Samen sind kleine Eiweiß- und Ballaststoffbomben. Eiweiß kann dich beim Abnehmen tatsächlich unterstützen. Du kannst die Schia-Samen einfach in deinen Alltag integrieren, indem du zum Beispiel eine Handvoll über deinen Salat, deine Suppe, dein Müsli oder in deinem Smoothie streust. Sie halten dich lange satt und regulieren den Blutzuckerspiegel. Nummer 3 Brokkoli. Brokkoli ist reich an verschiedenen Nährstoffen und Antioxidantien. Auch Kohlenhydrate sind in dem grünen Gemüse kaum zu finden. Die enthaltenen Ballaststoffe machen dich lange satt und beugen Heißhungerattacken vor. Nummer 4 Sellerie. Du bist auf der Suche nach einem kalorienarm Snack? Dann triffst du mit knackigen Sellerie-Sticks die richtige Wahl. Staudensellerie enthält jede Menge Wasser sowie Vitamine und sättigende Ballaststoffe. Nummer 5 Brunnenkresse. Brunnenkresse ist von Natur aus frei von Kalorien und Fett. Dafür stecken sie voller essentieller Vitamine, Phytochemikalien und Mineralien wie Jod, Natrium und Phosphor. Zudem enthält Brunnenkresse große Mengen an Vitamin A, C und K, die das Immunsystem stärken und Zellschäden verhindern. Um die enthaltenen Vitamine zu bewahren, solltest du die Wasserkresse am besten rohverzehren, indem du zum Beispiel deinen Salat damit garnierst. Als Alternative kannst du diese Kresse auch blanchieren oder ähnlich wie ein Spinat zubereiten. Nummer 6 Rosenkohl. Auch der Verzehr von Rosenkohl unterstützt deine Fettverbrennung. Das liegt in erster Linie an den Bitterstoffen, die in dem Gemüse enthalten sind und den Cholesterinspiegel senken. Da die aufgenommenen Fette besser aufgespaltet werden, können sie sich weniger leicht ansetzen. Nummer 7 Kohl. Kohl gilt als absoluter Fettburner. In knapp 100 Gramm des wasserhaltigen Gemüses stecken nur knapp 50 Kalorien, dafür aber viele Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und Ballaststoffe, die dich lange satt machen. Darüber hinaus ist Kohl sehr leicht zuzubereiten und schmeckt richtig lecker. Nummer 8 Blumenkohl. 100 Gramm Blumenkohl enthalten gerade mal 25 Kalorien, weshalb auch dieses Gemüse sorgenfrei auf deinen Speiseplan landen sollte. Außerdem enthält Blumenkohl kaum Fett oder Zucker und besteht zu fast 90% aus Wasser. Somit sollte er fester Bestandteil deiner Low Carb Diät werden. Nummer 9 Karotten. Ruhe Karotten eignen sich ideal zum Knabbern zwischendurch. Neben Karotinoiden sind die leckeren Möhren reich an Eisen, Kalium, Kalzium und Ballaststoffen. Ballaststoffe sind nicht nur sättigend, sondern fördern auch die Verdauung, wodurch sie eine hilfreiche Unterstützung im Rahmen einer Diät sind. Abgesehen davon können Karotten die Sehkraft verbessern. Nummer 10 Gurke. Gurken sind eine hervorragende Quelle an Antioxidantien. Das knackige Gemüse gilt als ideales Schlankmittel, denn die enthaltenen Bitterstoffe stimulieren die Leber und die Fettverbrennung, sodass die Kilos schneller schmelzen. Gleichzeitig bremst Du durch das wasserhaltige Gemüse Deine Lust auf Süßes. Die in der Gurke enthaltene Tartronsäure unterstützt Deinen Körper dabei Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln, statt sie als Fett zu speichern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.